Es gibt in Deutschland ca. 80 Arten von Marienkäfern, Cockzinellide, allesamt kleine bis mittelgroße Käfer mit charakteristisch hochgewölbten, halbkugelförmigen Körper und lebhafter Fleckenzeichnung. Unsere beiden Kennarten, der Siebenpunkt, Cockzinella septempunktata und der asiatische oder Harlequinmarienkäfer, Harmonia axyridis, sind die in NRW bei weitem häufigsten Vertreter, wobei der Siebenpunkt ein Sinnbild für Glück ist und auch Glückskäfer genannt wird. Wie die meisten Marienkäfer ernähren sich Larven wie Imagenes unserer Kennarten räuberisch und zwar vorwiegend von Blattläusen, von denen sie im Laufe ihres Lebens einige hundert vertilgen können, weshalb sie als ausgesprochenen Nutzinsekten gelten und auch im biologischen Pflanzenschutz eingesetzt werden. Ihre auffällige Färbung ist als Warnung bezüglich ihrer giftigen oder zumindest schlecht schmeckenden Inhaltsstoffe zu verstehen, von denen später noch die Rede sein wird. Als Marienkäfer sind unsere Kennarten aufgrund von Habitus und Erscheinungsbild ohne Probleme zu erkennen, wogegen die Unterscheidung zwischen den Kennarten durchaus schwierig sein kann. Das liegt vor allem an der enormen Färbungsvariabilität des asiatischen Marienkäfers. Grob kann man bei diesem solche Tiere unterscheiden, deren Flügeldecken eine orange-rote Grundfärbung haben und mit einer variablen Anzahl, am häufigsten 19, schwarzer Flecken versehen sind. Daneben gibt es melanistische Individuen, deren Flügeldecken durch Melanineinlagerung flächig schwarz sind, was nur durch zwei oder vier orange-rote Flecken unterbrochen wird. Im Unterschied zum Siebenpunkt, der fast immer tatsächlich sieben schwarze Punkte aufweist, haben asiatische Marienkäfer alle möglichen Anzahlen von Punkten, aber praktisch nie sieben. Außerdem weist Harmonia axioridis ein, allerdings nicht immer gut zu erkennendes, schwarzes W auf dem weißen Halsschild, dem Pronotum, auf. Außerhalb der Kennarten kann man den asiatischen Marienkäfer in unserer Gegend mitunter mit dem Zweipunkt Adalia bipunktata verwechseln, bei dem es ebenfalls melanistische Farbvarianten gibt, die denen des asiatischen Marienkäfers schon sehr ähnlich sehen. Leider versagt hier bei der Unterscheidung auch das bereits erwähnte schwarze W auf dem Halsschild, weshalb man die Tiere im Gelände nur an Kombinationen von Merkmalen unterscheiden kann. Der asiatische Marienkäfer ist fast immer deutlich größer als der Zweipunkt. Insgesamt ist er im Durchschnitt der größte der drei Arten. Er ist auch der, der am stärksten glänzend ist, wobei hier Vorsicht angebracht ist, denn Marienkäfer sind alle mehr oder weniger glänzend. Zu guter Letzt kann man den Käfer noch auf den Rücken drehen. Die meisten asiatischen Marienkäfer weisen auch auf der Bauchseite und an den Beinen orange-gelbe Färbungsanteile auf, während Zweipunkt und Siebenpunkt hier völlig schwarz sind. Es bleibt zu erwähnen, dass der asiatische Marienkäfer ein hochinvasives Neozorn ist, das nach aktiver Einbürgerung zur Blattlausbekämpfung in den USA und Europa mittlerweile weltweit verbreitet ist. Das ist ein massives ökologisches Problem, weil er enorm häufig werden und die Populationen der jeweils heimischen Marienkäfer durch Nahrungskonkurrenz und auch durch eingeschleppte Krankheitserreger, Mikrosporidien genannte Einzeller, stark dezimieren kann. Der Zweipunkt zum Beispiel ist bei uns vermutlich durch diese Pathogene von einer früher superhäufigen zu einer jetzt vergleichsweise seltenen Marienkäferart geworden. Es stimmt zwar, dass auch adulte Marienkäfer mit großer Hingabe Blattläuse fressen, den bei weitem größten Teil ihrer Fraßaktivität und damit ihrer Rolle als Gegenspieler von Blattläusen entfalten Marienkäfer aber als Larven. Die Entwicklung vom Ei bis zur Imago dauert je nach Temperatur und Nahrungsverfügbarkeit ca. 3 bis 8 Wochen. Sie beginnt mit einem kleinen Eigelege, das Weibchen meist in der Nähe von Blattlauskolonien an Blätter kleben. Aus diesen Eiern schlüpfen nach einigen Tagen die Larven, die sofort recht mobil sind und sich auf die Suche nach Nahrung machen. Marienkäferlarven sind weichhäutige, schlanke Käferlarven, die, käfertypisch, eine gut entwickelte Kopfkapsel und drei Paar gegliederter, thorakaler Beine besitzen. Ein Paar an jedem der drei Thorax-Segmente, Pro-, Meso- und Metathorax, die auch bei den Larven gut auszumachen sind. Häufig haben Marienkäferlarven dornige Fortsätze und auffällige Färbungsmuster auf grauem oder blaugrauem Grund. Im Gegensatz zu den zum Teil sehr variablen Adulttieren sind die Larven aller drei der hier dargestellten Arten jeweils einheitlich gefärbt und können auch im Gelände gut voneinander unterschieden werden. Der asiatische Marienkäfer weist auffällige orange Längsstreifen auf dem Hinterleib auf. Der Siebenpunkt hat dort dagegen vier und der Zweipunkt drei orange oder gelbliche Flecken. Beim asiatischen Marienkäfer fällt zudem die besonders starke Ausprägung seiner dornigen Fortsätze auf. Blattläuse werden vermutlich erst beim direkten Kontakt als Nahrung erkannt und dann ohne allzu viel Federlesens zerkaut und verschlungen. Allerdings sind nicht alle Blattlausarten für alle Marienkäferarten geeignet. So verträgt beispielsweise der Siebenpunkt, die im Frühjahr sehr häufige schwarze Holunderblattlaus, Afis sambuki, gar nicht gut und stirbt sogar bei übermäßigem Genuss frühzeitig ab. Der Zweipunkt hat hier keine Probleme. Es gibt also gewisse Spezialisierungen, aber insgesamt sind Marienkäfer eher generalistische Prädatoren, die neben Blattläusen auch mal andere weichhäutige Insekten oder bei fortgesetztem Nahrungsmangel sogar pflanzliche Gewebe fressen. Sie neigen außerdem zum Kannibalismus und fressen Eier und kleinere Larven der eigenen und anderer Marienkäferarten. Auch verletzte gleich große Larven werden gelegentlich attackiert und gefressen, wie hier beim asiatischen Marienkäfer. Prädation zwischen den Arten führte wahrscheinlich dazu, dass die Mikrosporidienpathogene des asiatischen Marienkäfers sehr schnell auf Individuen heimischer Arten übertragen wurden, was die Ausbreitung dieser Krankheitserreger begünstigte. Die Larve frisst, wächst, häutet sich mehrfach und heftet sich schließlich am Ende des vierten Häutungsstadiums mit dem Hinterende zur Verpuppung an den Untergrund. So fixiert findet nach circa einem Tag schließlich die Puppenhäutung statt. Typisch für holometabole Insekten bildet sich im Inneren der alten Larvenhaut zunächst die Puppe, das Metamorphosestadium, in dem aus Fress- und Wachstumsstadium Larve durch vollkommene Umwandlung ein Verbreitungs- und Fortpflanzungsstadium, die Imago, entsteht. In einem ersten Schritt löst sich bei der Puppenhäutung die neu gebildete Puppenhaut durch Bildung von Interstitialflüssigkeit von der alten Larvenhaut ab und die Puppe strampelt sich quasi frei. Man kann hier sehen, wie sich die gelblich gefärbte Puppe im Inneren der dunklen Larvenhaut bereits abzeichnet. Schließlich schafft es die Puppe, die Larvenhaut vorne am Rücken aufzusprengen und nach und nach nach hinten abzustreifen. Im Falle der Marienkäfer bleibt die abgestreifte Larvenhaut wie eine zusammengeschobene Socke an der fertigen Puppe sitzen. An der Puppe selbst kann man schon alle Körperanhänge der zukünftigen Insekten-Imago, also Fühler, Laufbeine sowie Flügelanlagen erkennen. Allerdings sind diese noch nicht frei beweglich, sondern an den Körper angeklebt. Typisch für eine Mumienpuppe, eine Puppe Optecta. Die eigentliche Puppenphase, also die Verwandlung zum fertigen Käfer, dauert beim asiatischen Marienkäfer je nach Temperatur vier Tage bis zwei Wochen. Zu Beginn dieser Zeit färbt sich die Puppe zunächst aus und wird dabei vor allem dunkler und oranger und es bilden sich auch erste markante Flecken. Insgesamt ist die Puppe während der Metamorphose vergleichsweise still, allerdings auch nicht völlig unbeweglich. Tatsächlich streckt sie sich regelmäßig dorsalwärts vom Untergrund ab, sodass sie während längerer Phasen im rechten Winkel vom Blatt absteht, wie hier zu sehen. Wenn schließlich der Moment des Schlupfes näher kommt, fängt es im Inneren der Puppe an zu rumoren. Wie bei der Puppenhäutung zuvor, fängt nun die Imago an, sich von der umgebenden Puppenhaut zu lösen. Der fast fertige Käfer presst mit Hilfe von Muskelkraft und Hämolymphdruck schließlich so stark gegen die Puppenhaut, dass diese am Vorderende aufplatzt und dem Käfer den Weg ins Adultleben freigibt. Die Cuticula des Käfers hat beim Schlupf noch nicht die endgültige Pigmentierung und muss im Laufe der nächsten Minuten und Stunden auch erst noch aushärten, wozu sich der Käfer zunächst an einen geschützten Platz, zum Beispiel auf der Blattunterseite, zurückzieht. Ein besonders kritischer Vorgang im jungen Käferleben ist die Entfaltung der Flügel, die beim Schlupf noch ganz schrumpelig und kompakt unter den Flügeldecken verstaut sind. Bevor sie aushärten, müssen sie unbedingt erst ihre endgültige Form annehmen, was dadurch geschieht, dass sie mit Hämolymphdruck gefüllt werden. Der ganze Prozess, der hier auf wenige Sekunden komprimiert ist, dauert in Wirklichkeit ca. eine halbe Stunde. Die Flügel werden gelb, weil die Hämolymphdruck, das Blut von Marienkäfern, gelb ist und sich nicht nur in die Flügeladern, sondern auch fleckig in den Raum zwischen dorsaler und ventraler Flügelcuticula ergießt. Sind die Flügel dann in Form und halbwegs ausgehärtet, müssen sie wieder unter die Flügeldecken zurückgezogen und verstaut werden. Dafür ist bei Käfern ein komplizierter Faltprozess notwendig. Primär werden die Flügel doppelt längs in eine Z-Form gefaltet, was man hier im Ansatz erkennen kann. Im Verborgenen unter den Flügeldecken finden zusätzliche Sekundärfaltungen entlang bestimmter Flügeladern statt, die dafür sorgen, dass das Ganze eben unter den Flügeldecken Platz hat. Japanische Forscher haben das Hinterflügel Origami des Siebenpunkts im Detail untersucht und rekonstruiert. Den Link zu Artikeln und Videos finden Sie im Abspann. In den nächsten Stunden härtet der Käfer weiter aus und es lagern sich Pigmente in die Kutikule ein, die das endgültige Färbungsmuster bilden. Die Käfer werden dunkler, aus dem hellen Gelb wird orange oder rot und es zeichnet sich zunehmend das typische Fleckenmuster ab. Die orange Färbungsvariante mit 19 schwarzen Punkten ist die häufigste des asiatischen Marienkäfers in unserer Gegend. Warum sind Marienkäfer eigentlich so auffällig gefärbt? Man geht davon aus, dass es sich um Aposematismus, also um eine Warnfärbung handelt, die potenzielle Beutegreifer davon abhält, den Käfer nachzustellen. Tatsächlich enthalten viele Marienkäferarten in ihrer Hämolymphie stickstoffhaltige Bitterstoffe, Alkaloide. Das Alkaloid Kokzinelin zum Beispiel wurde erstmals beim Siebenpunkt beschrieben und verleiht diesem zusammen mit anderen Alkaloiden einen gewissen Schutz vor Vogelprädatoren. Allerdings variiert das Ausmaß dieses Schutzes stark zwischen den verschiedenen Vogelarten. Wachteln verschmähen sieben Punkte weitgehend, während Blaumeißen sie teilweise fressen, aber nach dem Verzehr Vergiftungserscheinungen zeigen und sogar daran versterben können. Andere Vögel wiederum stören sich kaum am Geschmack und scheinen auch keine negativen Folgen davon zu ziehen. Natürlich variiert der Alkaloidgehalt und die Zusammensetzung stark zwischen Marienkäferarten und auch zwischen Populationen einer Art. Interessanterweise haben Marienkäfer einen Mechanismus, der es ihnen erlaubt, den Beutegreifern ihren schlechten Geschmack zu demonstrieren, ohne dass diese dazu gleich in den Käfer beißen müssten. Ihnen ist bestimmt schon aufgefallen, dass man nach dem Anfassen von Marienkäfern häufig gelbe, etwas komisch riechende Flecken an den Fingern hat. Das ist Marienkäferblut. Marienkäfer können bei Gefahr aktiv kleine Proben ihrer Hämolympe aus dem Körper treten lassen, eine Fähigkeit, die man als Reflexbluten bezeichnet. Konkret haben Marienkäfer zwischen Tibia und Femur, also quasi am Knie, Poren in den Gelenkhäuten. Durch diese können sie blitzschnell große Mengen ihrer Hämolympe nach draußen abgeben. Individuelle Käfer können das mehrfach wiederholen und auf diese Weise in kurzer Zeit bis zu 20% ihres Hämolympholumens freisetzen. Im Falle einer Vogelattacke könnte das Reflexbluten zu einer unmittelbaren Ekelreaktion beim Vogel führen, was dem Käfer das Leben retten könnte. Reflexbluten als Signal der individuellen chemischen Verteidigungsfähigkeit. Die auffällige Färbung der Käfer würde es den Beutegreifern in der Folge erleichtern, das Aussehen solch schlecht schmeckender Beute zu erlernen und ihnen ermöglichen, die Käfer im weiteren Leben zu vermeiden. Beutegreifern in der Folge Die auffällige Färbung der Knie